Hallihallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 12. Wir fangen mal direkt mit der Weihnachtspost an, also besser gesagt mit der Wichtelpost. Der hat heute geschrieben, dass er etwas erkältet ist und ein Erkältungsbad genommen hat, wie man hier sehen kann mit seinem super Schwimmring und sich etwas gesund ernährt hat, wie man sehen kann. Und hier sieht man auch haufenweise kleine Mini-Taschentücher, wo etwas Schnupfen. Wie gesagt, Erkältungsbad. Was haben wir hier? Hier haben wir noch irgendwie neues Mobiliar. Mal schauen, was hier noch passiert. Ansonsten ist die Baustelle hier noch alles beim Alten. Hier schauen wir mal weiter. Hier sind wieder die Haustierchen und hier heute sitzt die Eule. Hier ansonsten habe ich hier noch ein Detail gefunden. Hier ist ein Nistkasten. Das ist neu. Da ist noch einer. Und Schnecki ist auch wieder da. Dann schauen wir mal weiter. Sehen wir hier den Wecker stehen und die Klamotten vom Lasser. Der hat jetzt wohl wieder ein bisschen eilig. Und Taschentücher, 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 Taschentücher. Ich muss gestehen, als wir heute das erste Mal in die Küche kamen, hat uns der Schlag getroffen. Dem Lasse scheint es aber geschmeckt zu haben. Gehen wir mal von aus. Bleibt nur abzuwarten, was sich morgen wieder so schönes einfallen lässt. Und ihr seid hoffentlich dabei. Tschüss. CFL . . . Oh, my.